Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit dem Memento Design Pattern beschäftigen. Auch das ist wie das vorherige Strategy Pattern ein Behavioral Pattern. Und ein Memento ist eben ein Objekt, das den Status eines anderen Objekts festhält, ohne dabei gegen die Kapselung zu verstoßen. Und dieser Status kann dann zu einem späteren Zeitpunkt über das Memento wiederhergestellt werden. Und dieses Pattern Memento wird hauptsächlich zur Implementierung von sogenannter Undo-Rido-Funktionalität eingesetzt. Und wichtig ist es eben, dass wir das so nutzen, damit wir nicht gegen das Single Responsibility Principle verstoßen, wenn wir eben ein Undo oder Redo, diese Funktionalität, in bestimmte Klassen implementieren, damit wir eben über den Nutzer, wenn er STRG-Z drückt, beispielsweise dann den alten Status wiederherstellen. Aber wir schauen uns dazu einfach gleich mal ein Beispiel an, damit man das besser nachvollziehen kann. Ich habe hier eine neue WPF-Applikation erstellt und wir sehen hier, ich habe hier einfach standardmäßig das Main Window, so wie man es am Anfang bekommt. Und was ich hier machen werde, ich erstelle hier ein Ink Canvas, der eben direkt hier im Fenster liegt. Und ein Ink Canvas ist tatsächlich kein Panel, wie man das vermuten könnte vielleicht, sondern das ist einfach ein Control, auf dem ich mit der Maus, mit dem Stylus, ich glaube auch per Touch natürlich dann zeichnen kann. Das Ganze sieht dann eben so aus, wenn ich das starte. Das heißt, wir haben hier eben unser Fenster und wir sehen hier, ich habe jetzt schon einen anderen Mauszeiger, wenn ich über dieses Fenster komme und ich kann hier dann eben wunderbar Sachen zeichnen. Aber was wir hier sehen und was wir vielleicht auch aus anderen Zeichenprogrammen gewohnt sind, ich kann hier jetzt nicht STRG-Z drücken oder zurück in irgendeiner Form und der Status wird dann eben auf den vorherigen Strich zurückgesetzt. Und wir werden uns jetzt eben das Memento Design Pattern anschauen, mit dem wir diese Funktionalität sauber lösen können. Und ich möchte eben nach jedem Strich, der hier gemacht wird, den Zustand dieses Ink Canvas speichern. Ja, dann fangen wir gleich an. Wir gucken uns erstmal an, welche Punkte beim Memento Design Pattern wichtig sind. Wir sehen hier eben die Komponenten, die mit dabei sind. Memento ist ein etwas komplizierteres Pattern. Wir haben hier den sogenannten Originator und das wird unser Ink Canvas sein. Der soll bitte eine Abstraktion implementieren, die da eben heißt, bitte Create Memento und Set Memento. Das sind die Methoden, mit denen es eben möglich ist, dass wir hier ein Memento erstellen, also den aktuellen Zustand des Originators speichern. Und hier haben wir eben ein Set Memento, mit dem wir eben ein Memento, welches eben den Status enthält, das sehen wir hier oben, tatsächlich wieder zurückgeben können an den Originator und der dann eben den Status wieder herstellt. Wir haben hier dann eben den Caretaker und das ist eben eine zusätzliche Komponente, die man jetzt vielleicht nicht erwarten würde. Man könnte auch sagen, okay, ich speichere mir irgendwie in der privaten Variable von der Klasse diese Mementos ab und hole mir die dann je nach gegebenen Fall zurück. Aber diese komplette Funktionalität des Verwaltens von Mementos und des Erbitten von Mementos macht der Caretaker und nicht der Originator. Warum? Ich muss dann einfach bloß die Originator-Abstraktion in eine entsprechende Klasse implementieren und einen Caretaker, den ich eben bloß einmal geschrieben habe, einsetzen und der verwaltet eben die Mementos, der Originator muss sie bloß bereitstellen bzw. setzen können, was eben die Implementierung im Originator sehr vereinfacht. Ja, und dann kommen wir zu guter Letzt hier oben noch zum Memento selbst. Das Memento muss natürlich den Status in einem Feld oder vielleicht auch mehreren Feldern eben festhalten und dazu gibt es natürlich eine Abstraktion und wir haben hier eben dann ein konkretes Memento, das eben hier tatsächlich dann eingesetzt werden kann, um dem, also in dem eben der Originator letztendlich hier seinen Status festhalten kann. Ja, und dann springen wir gleich nochmal ins Beispiel, wie das Ganze aussehen kann. Ich gehe hier direkt mal in die CodeBehind-Datei und schreibe eben erstmal ein Interface für ein Memento. Und was wir hier jetzt eben sehen ist, dass dieses Interface offensichtlich hier eine Statuseigenschaft haben muss, mit dem man den Status eben setzen oder lesen kann. Eigentlich wollte ich bloß ein Gitter setzen, will ich es ja nicht. Ich will es ja bloß einmal bei einem Erstellen festhalten. Dann brauchen wir natürlich einen Originator. Das heißt, ich mache hier eben in diesem Fall jetzt mal eine Lösung über Ableitung, wobei ich das im tatsächlichen Produktionscode nicht machen würde, glaube ich. Aber ich zeige es jetzt einfach mal, weil es vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen ist. Ich leite hier eben von Ink Canvas ab und bekomme hier eben jetzt einen Originator dadurch. Und ich möchte natürlich auch noch ein Interface haben für einen Eye-Originator. Der soll mir eben ein Eye-Memento zurückgeben. Und ich habe hier die Möglichkeit, eben Set-Memento, den Zustand des Originators eben zurückzusetzen, indem ich ihm wieder ein Eye-Memento übergebe. Und das werde ich hier jetzt eben noch zusätzlich mit implementieren. Damit wir eben verstehen, wie wir jetzt diese Strokes, die der Ink Canvas macht, hier festhält. Ich habe jetzt eben gerade drei Strokes gemacht. Die werden erstellt, wenn ich eben, also ein Stroke beginnt, wenn ich mit der Maus runtergehe, die gedrückt halte und dann hier irgendwie mit dem Mauszeiger eben eine bestimmte Figur hier auf meinem Ink Canvas zeichne. Und sobald ich wieder mit dem Mauszeiger loslasse, also wenn der Mauszeiger abgeht, dann ist der Stroke abgeschlossen. Also in diesem Fall sehen wir eben eins, zwei, drei, vier Strokes in diesem Bild. Und diese Strokes sind in der sogenannten Stroke Collection gespeichert. Das ist hier ein Event. Wo ist denn die Strokes Collection? Ich sehe sie jetzt gar nicht. Get selected strokes. Das brauche ich auch nicht. Hier. Jetzt habe ich es gefunden. Das ist eben eine sogenannte Stroke Collection. Und in dieser sind dann wirklich eben wie gerade eben diese vier Strokes enthalten. Also wir können uns ja auch nochmal hier Gedanken machen, was das Ganze ist. Das ist eben eine Collection of Stroke. Und ein Stroke ist eben ein solches Objekt, den wir da gerade gesehen haben. Und wenn ich mir eben ein Memento erstelle, dann brauche ich natürlich eine Implementierung dafür. Und das ist durchaus jetzt mal eine Anwendung, wo man tatsächlich hier eine private Klasse haben soll. Denn niemand anders als der Originator sollte eigentlich die Implementierung eines einem Mementos kennen. Und wir haben hier jetzt eben die Möglichkeit, dass wir ein Stroke Collection Memento machen. Und wir implementieren hier eben ein Memento. Letztendlich auf diese Art und Weise. Und wir können jetzt hier eben direkt eine Stroke Collection angeben. die wir hier eben festhalten. Und auch überprüfen, dass die bitte nicht nahe ist. Das hat mich zwar nicht so hingehauen. So, und dann geben wir eben über diesen State einfach die Stroke Collection wieder zurück. Und wichtig ist eben hier auch, dass dieses Object hier letztendlich den State festhält. Also, besser gesagt, andere als der InCanvas Originator können mit dieser State Property nicht anfangen, weil sie eben zur Laufzeit nicht wissen, welches Objekt sich denn letztendlich hier dahinter befindet. Das ist eben der Punkt, dass wir hier aufpassen, die Kapselung nicht zu brechen. Ja, und dann erstellen wir uns eben hier ein neues Stroke Collection Memento. Und wir haben hier eben die Strokes Collection. Und wir können hier eben Clone aufrufen, damit wir hier jetzt einen Clone dieser Collection erstellen können. Das heißt, die Strokes Collection, die wir hier benutzen, die bleibt gleich, aber wir können hier eben sozusagen dafür sorgen, dass ein Duplikat erzeugt wird, dass eben die Strokes zu dem gewissen Zeitpunkt, wo Create Memento aufgerufen wird, tatsächlich enthalten sind. Ja, und wenn ich hier ein Memento bekomme, dann bin ich letztendlich hier dabei, dass ich mir die Stroke Collection hole oder mir eben eine neue Stroke Collection erstelle. Das heißt, wenn ich hier meine Strokes habe, sage ich einfach, das ist eine neue Stroke Collection. Und ich hole mir aus dem Memento den State raus. Und in diesem Fall muss ich eben tatsächlich casten, dass das eine Stroke Collection ist. Oder im Prinzip brauche ich ja hier plus I innumerable of Stroke um es genau zu nehmen. Ja, und so sieht das Ganze eben tatsächlich aus. Damit sind wir mit dem Originator fertig. Wir sehen, es ist eigentlich eine relativ einfache Implementierung. Das größte Problem ist hier eigentlich dieses dieses Memento, was wir hier erstellen müssen. Und was wir jetzt noch machen können, ist, dass wir den Caretaker implementieren. So, der Caretaker, der hat eben einerseits die Aufgabe, dass wir dieses Memento hier erbitten. Das heißt, ich erstelle hier eine Public Void Erbitte Memento Methode oder Request Memento. Ich habe jetzt hier in diesem Video eben auf Englisch programmiert. Deswegen ziehe ich das auch durch. Der Caretaker braucht natürlich einen I-Originator, mit dem er arbeiten kann. Den geben wir ihm, wie jetzt mittlerweile üblich, über Dependency Injection. Und was er jetzt hier macht, ist eben, dass er den Originator fragt, bitte erstelle mir mal ein Memento. Und dann wird dieses Memento eben auf einen Stack gepusht. Das können wir sogar Read-Only machen. Das heißt, wir können hier eben sofort sagen, Mementos.push, dieses Memento. und dann können wir auf dem Caretaker natürlich die Undo-Funktionalität implementieren hier. Das heißt, wir können hier eben dann sagen, dass wir uns erst mal überprüfen, ob unsere Mementos, ob dieser Count größer als 1 ist. Oder eben hier kleine gleich 1, dann mache ich ein Return, dann mache ich nichts. Und wir fangen jetzt hier eben an, dass wir tatsächlich von den Mementos eines entfernen. Das machen wir mit Pop. und wenn wir das gemacht haben, können wir tatsächlich sagen, Originator Set Memento mit Mementos.peak Warum habe ich das so implementiert, wie man das hier sieht? Das ist vielleicht nicht das Natürlichste, was wir hier sehen, aber wir haben hier eben die Möglichkeit, also der Originator hat bei mir eben immer mindestens einen Status für den immer einen Status im Stack. Also es ist nicht möglich, dass ich keinen Status im Stack habe. Es ist eben immer genau einer drin und das ist eben auch genau das, was man von der Undo-Funktionalität erwartet. Hier wird eben bloß dieses dass wenn ich quasi beim letzten Status Steuerung Z drücke, dass dieser nicht komplett rausgenommen wird, sondern dann einfach nichts geschieht. Und was ich hier eben machen kann, ist, dass ich nochmal Request Memento sofort aufrufe, sozusagen, wenn ich den Originator bekomme. Und das ist jetzt eben eine Implementierung. Den können wir da tatsächlich Undo-Care-Taker nennen. Und damit haben wir eben alles, was zu diesem Pattern gehört, zusammen. Der Vorteil ist jetzt eben, ich kann diesen Care-Taker jetzt in allen möglichen Projekten, wo eben bloß Undo gebraucht wird, tatsächlich wiederverwenden. Ich implementiere dann eben dieses I-Originator-Interface in der entsprechenden Klasse, wo ich das haben möchte und sage dann einfach, bitte Undo-Care-Taker macht das. Und zum vereinfachten Beispiel, wie das Ganze aussieht, werde ich jetzt erst nochmal hier diese Code-Behind-Datei etwas ausbessern. Und ich werde jetzt den Composition-Root nicht in die App.xaml machen, sondern hier in den Konstruktor von Main Window, weil ich ja auf einen Ink-Canvas zugreifen muss. Das Erste, was ich hier eben mache, ist, dass ich mir einen Local Namespace erstelle. Object-Oriented Design, Memento. Und ich verwende hier eben nicht den Ink-Canvas, sondern meinen Originator-Ink-Canvas. Wie gesagt, im echten Produktionscode würde ich das wahrscheinlich nicht über Vererbung lösen, sondern über Komposition. Das heißt, ich würde eine Klasse mir holen, die eben einen Ink-Canvas in den Konstruktor bekommt und dann das I-Originator- Interface implementiert. Also letztendlich wird es ein Adapter, was wir eben schon vor zwei Videos besprochen haben. Aber ich mache es jetzt hier mal über Vererbung in diesem einfachen Fall, damit man sich das leichter darstellen kann. Ja, dann sind wir jetzt eben hier und haben unseren Ink-Canvas-Originator, dem gebe ich natürlich auch noch einen Namen. Ink-Canvas-Originator. damit ich hier in der Code-Behind darauf zugreifen kann. Was ich hier jetzt eben mache, ist, dass ich mir noch einen Caretaker festlege. und mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Den Caretaker muss ich mir hier eben jetzt noch initialisieren mit dem Originator. Da nehme ich einfach den Ink-Canvas-Originator rein und schon bin ich dabei. Das nächste, was ich machen muss, ist eben, dass ich diese entsprechenden Methoden des Caretakers aufrufe, dass er eben hier tatsächlich Request-Memento und Undo angesteuert wird, wenn der Nutzer die entsprechenden Tasten drückt. Und das mache ich eben so, dass ich in der Main-Window-Datei, wenn ich eben feststelle, dass auf dem Ink-Canvas ein Maus-Down, Entschuldigung, ein Maus-Up-Event erfolgt, dass ich dann einfach sage, Caretaker Request-Memento und als nächstes, wenn der Nutzer eben STRG-Z drückt, und das kann ich über sogenannte Command-Bindings mir erstellen, das heißt, dass ich hier eben sage, dass das Command-Bitte Undo ist, das wird jetzt automatisch eben an STRG-Z unter anderem gebunden, hier kann ich dann eben sagen, ich erstelle mir hier ebenfalls einen Event-Händler, wo ich dann einfach Caretaker Undo Aufrufe Also jetzt es ist eigentlich relativ einfach, was hier passiert, wenn wir eben feststellen, dass STRG-Z gedrückt würde, das passiert eben hier, indem ich das undo-Command anbinde, hier direkt mit an das Window anbinde, wenn das eben mitbekommt, dass das hier passiert, dann soll diese Methode ausgeführt werden und wenn der Ink-Canvas-Originator hier das Maus-Up-Event feuert, dann kriegen wir hier eben diese andere Methode aufgerufen in der Code-Behind-Datei, die eben für den Caretaker-Request-Memento aufruft. Und dann kompilieren wir das Ganze mal und führen das aus und wir sehen jetzt eben, ich kann hier mein Gott, ich kann überhaupt nicht zeichnen, das ist kein schöner Smiley, aber wenn ich jetzt STRG Z drücke, sieht man eben, dass der jeweils letzte Stroke zurückgeht und ich kann dann hier eben weiterzeichnen, dann wird wieder auf den Stack gepusht und dann kann ich mit STRG Z diese Elemente wieder wegnehmen. Ich möchte auch nochmal kurz zeigen, was hier tatsächlich passiert, wo wir landen jeweils. Also ich setze hier mal Breakpoints rein. Wir sehen hier, wenn ich jetzt, ich habe jetzt einen schlechten Strich gezeichnet, aber wir landen hier tatsächlich im Mouse-Up-Event. Dann kommt eben Request-Memento, das heißt, der Caretaker ruft auf dem Originator Create-Memento auf. Wir erstellen uns hier eben ein neues Stroke-Collection-Memento. Diese werden eben geklont und dann pushen wir das auf den Stack. Also nichts Besonderes und wenn ich hier jetzt nochmal einen ordentlichen Strich zeichne, sehen wir, wir landen wieder hier in diesem Mouse-Up-Event und holen uns wieder einen Momento. Wenn ich jetzt eben hier im Fenster Strichung Z drücke, landen wir in dieser Command-Binding und Executed-Methode und wir rufen Ando auf. Das heißt, wir gucken erst mal, ist dieser Count hier größer als 1 und wichtig ist eben, der initiale Zustand ist, dass wir gar keine Strokes hier in dieser Collection haben und wir haben hier dann eben die Möglichkeit, dass wir einen Zustand wegnehmen und uns den alten mit Peak holen, also den obersten. Wenn das vorbei ist, sehen wir eben, dass dieser Strich jetzt wiederum weg ist. Wie gesagt, wir haben jetzt viele wiederverwendbare Komponenten. Wir haben den Undo-Care-Taker. Wir haben diese beiden Interfaces und das Letzte, was wir eigentlich machen müssen, ist immer bloß in eine bestimmte Klasse, den das I-Originator-Interface implementieren, die entsprechende Memento hier bereitstellen und dieses dann eben anbieten. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!